Emma, isst du das jetzt bitte? Schmeckt mir nicht die Suppe. Die ist aber gesund. Schmeckt mir trotzdem nicht. Die schmeckt dir nicht. Ingwer-Karottensuppe schmeckt dir. Und ich hab sie extra mild gekocht, so wie du sie immer möchtest. Also iss sie. Schmeckt mir nicht. Emma, du isst die jetzt oder du kriegst Fernsehverbot? Ist mir egal. Drei Löffel. Alles, was ich möchte, sind drei Löffel. Nur drei Löffel. Darf ich jetzt Fernsehen? beautiful thing! ... ... Vielen Dank.